Wir müssen uns so Földer von uns pflogen und dann Weiz nachbauen auf so einer G'sst immer noch besser Mama Stoll ist mit dem Weinen da um wir freuen sich der Blumen gut und um ich bin meine der Alex wird mit seiner Kühlerklamassen Leiter schrecken ich hätte mir vorgeschlagen wenn man dann vielleicht früher aus dem bad rausgegangen und im see den rundweg da uns irgendwo versteckt und da war die dabei aber in bord ja ja im see damals immerhin wenn man dann eher aussiegend und heraussend irgendwie die flogs nehmen wir mal aus dem überhaupt von korn ist normal war ich schau ich bin noch nicht sicher flog sind morgen der frühe ich kann es nicht, das lohnt, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht die Ölleitung? ja, der hat gut einen Partner Binkl habe ich da komplett zurückgefahren warum stellt der Arne Steirer auf einen da, das kann ich heimfahren ich weiß, es macht die ganze Zeit scheiße, ich kann nur die Arbeit machen in unserer Map aber das weißt du schon nicht viel Geld? ja, das stimmt, hast du auch nicht du, dass ich vor allem blöd auch können oh, der hüpft, die Sau na 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 ja na 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 ja erst auf mein Bullock für das Odelbomben hier vor allem die Odelbomben schon so wie zugefroren kann so ein Schliedschuh kreffen und ein wenig rumdumm fuhren ja du kannst was la 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 ja nicht, weil ich dies nicht mag ja 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 Ich habe dich nicht. Ich habe dich nicht aufgehauen. Ich habe dich nicht aufgehauen. Wenn Güllebomben habe ich die dritte und darfst Wo ist denn? Meine Mama ist nicht gekommen Ja, wo ist denn nun scheiße? Du wurdest vom Server gebombt Ich spritze nur die überflüssige Gülle Ich spritze nur die was das Klima zerstört von uns an der Möp. Ich habe mich selbst zu drinnen. Dann mache ich das. Und wenn ich dann nicht entspannt bin, dann sage ich ihm nichts anderes. Weil man aber nicht wissen, wie das geht, wo auf. Nein, aber jetzt kannst du googeln. Nein, man kann nicht googeln. Google ist aber kein Weib. Nein, das ist nicht. Google ist aber kein Weib. Nein, das ist ein Assistant drumherum. Ein Alex, eine Siri ist auch männlich. Ja, sie ist Siri, aber ich meine ja Google. Das war ja schlecht. Ich habe noch ein Gedanke, was wir jetzt sagen wollten. Was hast du denn jetzt gekauft? Welchen? Ja, heili, den haben wir eh geholt, den Kostüm. Ja, Kostüm. Kostüm. Haben wir nicht mehr drin. So, ich mache jetzt noch mehr Stücke. Wenn ich das Mähwerk finde. Meine Leerwurmsmähwerk schon wieder hingestellt. Was steht da mitten im Holz drin? Hä, wo ist denn das Mähwerk? Haben wir überhaupt noch eins? Heili haben wir eins. Nein, wir haben noch eins Flachs. Warum denn unsere Bulli gezogen, falls wir drum nicht über den Berg öffnen. Ich habe ja davor gefahren, dass der Mäder fängt. Das Ding hat sich nicht gezogen mit dem Drum, aber okay. Alpenhornblasen. Ich weiß nicht, wo sie dort so weit sind. Ich glaube, ich bin da unten. Ich weiß nicht, wo sie dort so weit sind. Ich glaube, ich bin da unten. Aber wir sind jetzt so weit, wenn wir mal rein. Ich kann mir überlegen, ob wir uns nicht an ein Rückgewung vom Karpon-Klone, ne? Also so ebbs. Und dann müssen wir mal ein Holz vornehmen, wenn wir ein Holz machen. Der wird wohl nicht. Also wieder klären, kleine Rückgewung. Ich habe mir das auch gerade gedacht, ich höre sie aber so aus. Nein, ich nenne sie schlürfen. Ja, eigentlich schon im Prinzip. Ich könnte so super schlürfen, aber ich will so super sein. Ja, du bist Deutschland. Soll ich? Deutschland ist nicht so dein Land, gell? Nein. Nein. Alter, wo geht denn bald hin? Du klemmst. Nein, ich wollte nicht klemmen. Ich habe mir das auch gedacht. Das war eine Absicht. Ja, das war eine Absicht. Du musst nur zwei ja so... Ja. Bist du jetzt erst bei der Bär geworfen? Ja, ich höre die und dann fünf Minuten sind nicht weg. Ja, aber vielleicht geht das nicht so. Ja, das ist so zu spät. Äh, hier ist mein Multimillionen, da ist mein Multimillionen. Geht's? Ah, jetzt. Mö, okay. Meier, der Irwin hat seine Rolle noch nicht aufzusehen gefunden. Die Scheiße haben wir da weg. Dafür ist das dritte Mal, ich weiß nicht, wie oft ich da drüber gefunden bin. Gibt's eine Rolle? Ja, da steht ein fetter Rolle am Seitenrand. Gibt's? Ich bin eh mit einem leeren Schiff. Das ist immer so ein bisschen. Ich füge das vor. Hier kann ich runter. Ich hab' einen Lapp. Ich füge das hier. Da gibt es auch einen M-Betrag. Ja, aber welcher Bauer kann es ihm Bugatti leisten? Alter, was liegt denn da? Ich mag schon einen M-Betrag. Ich mag ihn. Ich auch. Ich habe ihn heute mal im Freien gesehen, am Quirin. Er hat einen Bieröffner nach mir geworfen. Ich fand es nicht lustig. Ich fand es richtig nicht lustig, weil das echt traurig ist. Ja, ich schaue. Vor allem er haut am Erdlund. Währenddessen wirft er den Bier auf. Aber vom Erdl hat er nicht reingekriegt. Ja, aber der Erdl hat er ein wenig zurückgekommen. Ein wenig. Ein wenig. Wenn wir die Erdl auch füßen, dann sind sie schön und dann nicht mehr lustig. Das ist ... Nein, einfach nicht. Die Einzelne ist für ihre Füße. Das Ding ist, den Erdl darf ich wirklich zu los trauen mit den Füßen und so. Nein, ich habe keinen Wunsch noch nicht. Nein, ich habe keinen Wunsch noch nicht. Wie kann man sich denn so festfahren zu fix? Das geht doch gar nicht. Du bist jetzt nicht so groß und gefällig. Hast du auch nicht den Gästen geschlossen? Oh, mein, 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 mein. ... also, dein ... ... und auch, mein, mein ... ... nicht, mein, mein ... ... mir ist es genau so. Du bist jetzt natürlich, mein, mein ... ... und mein, mein ... ... und das ist jetzt ... ... das ist einfach nicht ... Wissen Sie, was nicht unlogisch ist? Der Quirin hat um 2.000 Euro Game-PC und Spreitverlangen. Ich kauf mir einen Computer, Minecraft und Eurotrack-Simulator, da bist du Fernfahrer, wie Asphalt Cowboys auf D-Max oder so, kannst du selber so einen brutalen Laufdruck zusammenstellen oder so, ob du willst von A nach B fahren kannst. Du hast noch nie ein Video davon gesehen, aber entschuldigung. Nein, wenn es so ähnlich ist wie Fotografik und Äußerns, was man tut und so. Kennst du das Falkau, wollen sie überhaupt? Ja. Mehr Foto. Ich schaue es mir nicht an. Welchen Sender läuft es? Super, Atiöl! Die macht es. Die macht es. Die macht es. Stimmt es oder stimmt es nicht? Jetzt fahre ich schon wieder über den Sugar Roller drüber. Was macht es denn dann? Ich mag jetzt da ein wenig Holz rausreißen. Ja, ich muss schnell das Lange kaufen, weil ich mag da jetzt ein Holz rausreißen, tut mir leid. Gut, dass wir das Geld eh nicht haben. Benni! Ich geh schnell um auf die andere Weide und überweis schnell ein wenig Geld. Ja. Benni denkt sich gerade so, hmmm, Geld! Gut, dass wir das Geld noch nicht verkleidet haben, oder? Du, wenn wir es ruhig oder was gehen, können wir hier einfach verlaufen. Ich hab schon mal die Verwundung, der Fläder und der Fläder. Fläder und der Fläder sein, der Fläder und der Fläder wird ja gut, wenn wir ihn er holen. Die Fläder und das sind keine Fläder. Sie sind viel für jeden Tag, was da ist so. Ja, und die Fläder hat die Fläder und der Fläder habe ich zu verhören. Ja, da wird es. Ein Park am Rückgewohnen ist da. Nein, jetzt ruf ich mich da und mein Handy liegt in Afghanistan und das ist Obermeierachsel. Barman? Du ne? Du bist auch nur da? Ja. Ich kam mir zu Kaisen, wollen sie mit dir? Mhm. Ich weiß nur, da haben die Mütten-Bänie. Genau. Ja, wir haben den nicht gemacht, ob wir gerne. Das ist ja ohne, das hat die Tür gemacht. Ja, ich weiß das. Alex, ich hole gerade ein wenig Holz. So, ich mag der, 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 der Klappbare, dem ist umgefallen. Nein, nicht angefangen. Sondern ich hole nur ein wenig Holz da herunten zum Verkaufen. Schmetterling. 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 Scheiße, ich hab keine Probleme gebrötet. Schmetterling. So, was sag ich nie, verwirrt? Und das ist ja gut. Guck, dann sagst du, was ist Kollege, sagst du. Es gibt apple! Es gibt spindel紅 ¿ES NES? Geh, der Kutz miau, der steht nur im Weg. Ja, sonst tut keiner Steuern. Soll ich einen Baum her schnell, oder soll ich es so ganz hier aufbezogen? Okay, der Steuern ist ein wenig mehr weg, wird die Spitzen so ungefähr schneivig. Mei, jetzt synchronisiert es da wieder runter. Ja, also, Juli, das ist groß, wenn wir so ein Tausdorf über in das echte Land, dann haben wir eh kein Problem umzittert. Hier ist ein Geräusch. Gut, nehm. Geh, der ist mir in den Steirer, in der ist ein Geräusch. Jetzt muss man den Weg schwimmen. Der Kölz ist mit mir im Holz. Das habe ich bei dir auch schon gemacht, Alex. So, jetzt schauen wir, dass er nicht umfüttert. Der Kölz ist mit dem der Kölz. Der Kölz ist mit dem 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 Kölz. Ich schwimmfege röcke. Nipps. Was fühlst du dich, oder? So, jetzt habe ich einen Waschlo geschnitten. Jetzt können wir aber. Bei mir nicht, weil man sich derjenige schon gestürmt hat. Hat sich auch gehört, wie beim Bene. So, also macht es da um zu, wenn der Köse heimkommt, bitte. Ich habe einfach probiert, wie der Rückgewohn geht. Ich habe einfach einen Baumhobst geschnitten in der Merfe gelohnt. Ich fahre schnell heim. Mein Grutze, fix jetzt wirft er um, der Drecksbullog in der Scheisskurve. Ich habe keinen Bad mehr gehoff. Blutsackerer, mein, des Drecksglummtes Vorrede. Mein, mein, wenns Brotreifen hat und Brotgewicht hat, ins Glummtes Saubläde, dass a bissi... Mein, halt da, mein. A bissi hebs aus mit des Saubläde, glummtes Saubläde, des Saubläde, des Glut... Ich lebe mir, wo steht, bleibt es so liegen. Legts mir alle, mein Brot! Ja, vor meinem Brot. Jule, mein Brot. Jule, mein Brot. Jule, mein Brot. Was ich nicht. Ich sehe den Brot nur mit Kopfhörer, und er sitzt nur mit dem Fernseher. Der Spruch fällt gegen wer. Wer? Ich sehe den Brot nur mit Kopfhörer, und von dem Fernseher. Ist das normal? Eigentlich nicht. Um, Alex schockt. Na, der Alex ist oft aus. Mein, ist wohl die, du Wichser! Im Sommer bin ich wirklich aus. Wo ist mein Frontlader? Da steht er. Na, stellt er. Mein, gut zerfix. Mein, 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 mein. Ich verkaufe jetzt einen Tricksanhänger. So, wo ist jetzt der Bullock? Wenn ich ihn jetzt nicht aufstelle, dann... So! Mein, was muss ich leisen können. Weil, was uns leid... Hä, war du mit Scheiße mit Spölnergond normal? Ich sag 200... Blut, sagt gar nicht, bleib liegen, du Scheiß-Bullo, die Scheißhaft ein Falling! Hier kommt Boat mir, ich habe mit sein, woran... Nein, hab ich mir Scheiße gehauen. Und den Kilogramm aus, den kostet auch vergessen. Das ist wohl eben nicht so. Ja, du bin ja auch aus, weil's das muss, dann können wir den nicht. Nein, wir haben den nicht so gut. Nein, wir haben den nicht so gut. Nein, das ist wohl nicht so gut. Malo Spring in der Schaubullo, so. Malo Spring in der Schaubullo, so. Aber jetzt wird ich von der Schaubullo, so... Hey Daci, du wolltest dir vorhin etwas zu mir sagen. Ich? Mhm. Ich hab nicht gefragt, warum wir fahren. Warum mir? Du musst dir selber fahren. Nein, ich will... Wenn du siehst. Und du... Und du... Und du... Ich schaue es zwischen Hübe und Hübe. Ja dann... Ach wo ist denn? Ich bin der nie! Bistart! Okay, bistart! Wir haben auch in die Zunge! Warum? Naisen! Hä, wo war denn da und das Gülle für Slalix? Naisen! Bitte schnauzen! Austeilen, aber nicht einstecken! Ich hab die gemeint! Ja, mit der Götze! Ich hab die Götze! Ich hab die Götze! Ich hab die Götze! Okay, dann speichere ich. Nein, ich speichere nicht.